Warte mir, oh, warte ich, also jetzt mal was Positives, ja, ähm, ich muss hier mal die Förster loben, da merkt man gleich, wo das staatlich ist, da wird richtig gut der Wald gepflegt, ja, ich, äh, vorerst dann, da dachte ich, sag mal, du kennst doch diesen Weg hier, ja, ey, so geil, die haben da, äh, die haben den so unkenntlich gemacht, dass ich den fast gar nicht erkannt hätte, und es war auch richtig schwierig, da lang zu loben, weil, die haben, ähm, dermaßen, äh, unkenntlich gemacht, und auch, äh, ganz weit, ja, so, dass die meisten wahrscheinlich keine Lust haben, äh, da, äh, rin zu loben, ja, also ich muss die Förster mal hier sehr, sehr loben, während die Privaten, also hier, Sedina See, der Teufels See speziell, ja, da liegt der Müll rum, ja, äh, da, äh, wird Feuer gemacht, und was wir sitzen hier alle für eine Scheiße, ja, ähm, ähm, ja, Ja, das ist halt ein Unterschied, wenn es von stark wird, ich sag ja, sowas würde es bei mir nicht geben, ja, äh, das entweder, weil, Ja, das ist äh, das ist äh, ja, wie soll ich denn erklären, man kann, das ist echt äh, das ist echt äh, das ist nicht, wie ich sagen soll, Ja, äh, jedenfalls, die Förster hier, die machen sehr gute, der Förster hier, der macht sehr gute Arbeit hier, überall standen Mülltüten rum, und so weiter. Die werden natürlich abgeholt wahrscheinlich, heute oder so, nehme ich mal an. Jedenfalls ist es sicher. Wenn das in staatlicher Hand wäre, der Teufel zieht, dann wäre der nicht so dreckig. Also jetzt, da würden keine Sachen rumliegen. Der Teufel zieht selber, ist sauber. Ich gehe da aber an. Auf jeden Fall. Nein. Das ist zwar ein Angelsäger, aber das ist mir wurscht. Ja, wie soll ich sagen, man darf ja da hin. Das ist ja immerhin wenigstens etwas. Weil in Potsdam gibt es ja schon so glücklich Stellen, wo die Leute nicht mehr laufen dürfen, weil es privat ist. Oder man versucht es eben so hinzukriegen. Gut, lange Rede, Kosta, Sinn. Ich wollte jetzt einfach nur was Positives loswerden, ist es wieder nicht geworden. Ja, zur Zeit habe ich so den Kopf voll und ich gehe mir so gegen den Strich, das Sieg immer an irgendwas schuld sein soll, was einfach nicht ist. Ja, das ist einfach nicht. Das ist nicht wahr. Okay, ciao.